Hier hinter mir seht ihr den Grand Astoria Modell Adria und das wäre ein Wohnwagen, über den kann man sich unterhalten. Ich bin ja sonst mehr der Wohnmobiltyp, aber dieser Wohnwagen ist wirklich gigantisch. Da würde ich am liebsten meine Wohnung verkaufen und direkt einziehen. Ich meine, seht ihr das schon mal hinter mir? Allein die Fensterflächen, das ist einfach wirklich der Oberhammer. Ich würde so, so gerne einfach nur sofort einziehen. Aber jetzt lasst uns mal zusammen reinschauen. So, schaut mal hier von innen. Mit kompletter Küche, da träumen ja manche Wohnungen davon, dass sie so eine Küche hätten. Und alles mit dieser Push-Funktion. Also einmal drücken, dann kommt es auch schon direkt raus. Hier auch Push-Funktion. Sehr, sehr, sehr geräumig. Mit Backofen. Also wirklich mega. Kann man sich sogar noch Kuchen backen lassen. Und diesen Kühlschränken, die sich von beiden Seiten öffnen lassen. Sowohl von der Küche, wie auch vom Sofa auf. Dasselbe gilt hier oben für das Gefrierfach. Dann habt ihr oben drüber komplette Stankfront und hier ein gemütliches Sofa und einen wirklich großen Wohnzimmersitzbereich. Natürlich nicht zu vergessen für die Partyabende. Hier auch noch mal schön Lagerfläche. Und hier dann mit Dusche. Und Toilette. Beides auch wirklich geräumig. Und Dachfenster. Und dann natürlich noch mit Schlafzimmer, das sich eigentlich so da irgendwie schließen lässt, glaube ich. Also wirklich extrem cool. Ich würde am liebsten direkt einziehen. Nach Kästchen. An alles Gitter. Also hier hat man wirklich ordentlich viel Lagerfläche auch einfach über dem Kopfbereich noch. Das ist absolut an alles Gitter. Und jetzt zeige ich euch mal noch von außen. Ist ja unglaublich, wie viel Fensterfläche der einfach zu bieten hat. Das ist ja unglaublich, wie viel Fensterfläche der einfach zu bieten. Hier, diese Lämpchen, die lassen sich übrigens ziemlich gut verschieben und dann auch noch einsteigen, in welche Richtung sie leuchten sollen. Das ist wirklich unglaublich. Seht ihr auch hier wieder die Fensterfläche? Hammer, Hammer, Hammer. Was uns gar nicht aufgefallen ist bei der ersten Runde ist, dass es sogar eine Dunstabzugshaube gibt. Über dem Kochfeld. Und drei Gasplatten. Übrigens gibt es das Modell auch noch zwei Modellstufen größer. Dann gibt es sogar zwei Gasplatten und zwei Induktionsfelder.